Drei, und eins, zwei, zwei, schnippe, 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 drei, eins, zwei, och eins, Eins. Zweiter. Drei. Gehen wir mal einen halben Schluck zurück. Gehen wir mal einen halben Schluck zurück. Willkommen, meine Damen und Herren, heute haben wir Paolo Seklermeyer's Koldex Play No. 8. Und, um, we go through this piece by piece again. First things first, the picture in here is turned around everything it's because you see more. So, usually, the attacker in Paolo Seklermeyer's Kug is on the left side, this time you can see him on the other side. So, Wir beginnen mit dem Wasphal. Ich stehe nach vorne und gehe nach dem Kopf. Er geht nicht laut und geht durch meine Arme. Er geht durch meine Arme und legt hinter meinem Neck. Und in der gleichen Bewegung geht er mit seinem Pol-Ex und schützt seinen Kopf. Und er kann mich jetzt abholen und umbalanciern und was er möchte. So, von hier werde ich meine Hand und meine Grip ändern. Und das ermöglicht mich, um hier herum und um den Kopf zu drehen. Das kann man aber schon sehen. So, wir zeigen das auf der anderen Seite. So, ich habe meine Hand geändert. Ich gehe hier und ich möchte hier drehen. Das ist meine Intention. Er kann jetzt zwei Dinge nutzen. So, wenn ich in der Bewegung meine Hand geändert habe. Er kann es aus meiner Hand bringen. Ich stehe meine Gesichter und gehe nach vorne. Ich stehe mich in der Hand. Also, wenn ich sind. Ich stehe mich zurück. Und dann die Bewegung sein. Und die Bewegung sein. Er kann es aus meiner Hand nehmen. Er kann es aus meiner Hand nehmen. So the moment when I change my grip is a weak spot for me and when he does his parry while I change my grip I will lose my weapon and he can stab me. Otherwise if I hold tight to my weapon and he brings me down he has to push my hand away to open up for a good stab to the face. Ok, that's it for today. Thank you Kanya and thank you.